Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Suche nach den vermissten Wachen, anzunehmen bei Wache Thomas im Wald von Elvin, an dieser Position. Vor Quest war weit versorgen. Und nun geht es in diese Richtung. Wir müssen ein paar Wachen finden. Beziehungsweise eventuell überreichen. Schauen wir mal. Natürlich sind auch wilde Tiere im Weg. Ich versuche denen so gut es geht auszuweichen. Und was zum Schluss noch dabei ist, werde ich einfach erschießen. Ich bin ein Jäger. So. Und hier bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei ein halb aufgefressener Körper im Wald von Elvin, an dieser Stelle. Liegt hier am Boden. Ich summe mal ein bisschen dran. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnierenknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.